In dieser Folge sortieren wir Konkordanzen, verkleinern große Ergebnislisten und ziehen repräsentative Stichproben. Beginnen wir mit dem Sortieren und suchen Verwendung des Lämmers RAIN. In einer Konkordanz werden die Ergebnisse ja in der Reihenfolge ihrer Korpusposition angezeigt, das sieht man an diesen Zahlen. Manchmal kann es aber sehr nützlich sein, Belege zu sortieren, um ein Verwendungsmuster besser zu erkennen. Der Sortbefehl hat die gleiche Syntax wie der Countbefehl, also sort was, wonach und optional wo. Sortieren wir zuerst mal das gesuchte Muster mit sort last by word, um zu sehen, was passiert. Okay, vielleicht nicht das, was wir erwartet haben, denn wir haben hier RAIN, RAINS, RAIN, dann aber hier wieder RAINS und hier weiter unten wieder RAIN. Warum? Wir haben CQP nicht gesagt, Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren, also wird zunächst nach Großbuchstaben und dann nach Kleinbuchstaben sortiert. Und wenn wir %c setzen, dann haben wir das, was wir vermutlich wollen. Man kann natürlich auch nach hw, pos oder class sortieren, nur gibt es dafür eher selten tatsächliche Anwendungsbereiche. Der vermutlich nützlichste wäre class, denn damit werden zuerst die Substantivverwendungen angezeigt und dann weiter unten die Verbverwendung. Interessanter ist für die Mustererkennung ohnehin außerhalb des Suchmusters zu sortieren. Dazu nehmen wir zur Illustration cause in seiner unflektierten Form als Verb. Und wenn wir uns so die Konkordanz ansehen, dann erkennen wir ein bisschen was, also dass viele unschöne Dinge offensichtlich verursacht werden, wie cause controversy und conflict, cause widespread disruption oder cause grievous bodily harm. Und dieses negative Muster wird noch sehr viel deutlicher, wenn wir nach dem sortieren, was cause im rechten Kontext folgt. Die erste Position rechts ist ja ein Schritt vom Ende des Suchmusters entfernt und für diese Position kennen wir die Kombination aus match end und der Eckklammer mit Zahl. Also sort last by word, Prozent c on match end, Klammer auf eins, Klammer zu. Da bekommen wir jetzt erst alle Treffer, bei denen auf cause ein Interpunktionszeichen folgt. Und dann kommen verursachte Dinge, die in einer Nominalfrase mit dem Indefinitartikel stehen. Und eine Seite weiter geblättert sieht man das negative Muster besonders deutlich, wie cause a lot of harm, cause a stir, a crisis, accidents, all this trouble, upset, explosion, distress, more trouble, confusion, damage, death, difficulties, distortion, tragedy, harm, you name it. Auf diese Weise wird besonders eindrucksvoll klar, dass cause, obwohl es nicht inhärent negativ ist, aber doch überwiegend in negativen Kontexten verwendet wird. Das haben wir in der Ursprungskonkordenz nicht so deutlich gesehen, eben nur vermutet. Die Defaultsortierung kann man übrigens wiederherstellen mit sort last. Natürlich kann ich auch nach der zweiten Position sortieren, also ändern wir das hier in zwei. Also ist hier nach dem Token in der zweiten Position alphabetisch sortiert, beginnend mit Interpunktion und dann in Indefinitartikeln und so weiter. Auch nach dem linken Kontext kann ich sortieren. Nehmen wir als Beispiel hier caused by und wenn ich jetzt hier eingebe sort last by word on match minus eins. Also indem ich eine Position vom Beginn des Suchmusters nach links gehe, dann wird hier verursacht decimations, deformation, delayed, deterioration, devastation, discontent, disease oder disorders. Und dass es nicht nur am Buchstaben D liegt, das können Sie auch selbst überprüfen. Das Muster dieser sogenannten negativen Prosodie von cause ist hier vielleicht nicht ganz so klar, weil bei diesem String die syntaktischen Strukturen sehr viel variabler sind. Diese Vogelperspektive hat übrigens auch dazu geführt, über Bedeutung von Wörtern völlig neu nachzudenken. Die Erkenntnis ist, die Bedeutung eines Worts wird auch maßgeblich von der Umgebung beeinflusst, in der es verwendet wird.